Wieder hat ein unbekanntes Flugobjekt den nordamerikanischen Luftraum verletzt, diesmal über Kanada. Auf Anordnung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau und in Absprache mit US-Präsident Biden habe ein US-Kampfjet das Objekt in großer Höhe über Yukon abgeschossen, wie Trudeau auf Twitter mithalte. Kanadische und amerikanische Kampfjets seien an dem Einsatz beteiligt gewesen. Es ist bereits der dritte Abschuss eines rätselhaften Objekts über Nordamerika. Am Freitag hatten die USA eine ähnliche Aktion über Alaska durchgeführt. Vor einer Woche wurde ein chinesischer Spionageballon vom Himmel geholt.